Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Great Escape, nein, zu A Way Out und Alter geht schon mal voraus. Ja, hier, Alter, schon ich, wir müssen fliehen. Wir wollen fliehen. Wir müssen nicht, wir... Doch, es besteht eigentlich unsere bürgerliche Pflicht. Pflicht, hehehe. Dafür zahlen wir Steuern. Oder auch nicht. Ey, Alter, schau dir, krass. Ja. Klar, die Schüsse ist genau so angebracht. Ja, nee. Man stinkt das hier. Es stinkt ja nicht mal, hier sind ja nicht mal die Rohre, die Schütteln sind nicht mal angeschlossen. Wir kacken ins nichts. Ja! Zieh dir das mal rein. Ist das nicht abgefahren? Ich bin oben. Oh, ich kletter auf. Und ich werfe mich jetzt in die Turbine. Gute Idee. Ich schub's nochmal nach. Also da ist zu, da kommen wir nicht lang. Hier ist offen. Oder auch nicht. Brauchen wir einen Lüttel? Ah, hier. Leo, ich brauche etwas Hilfe hier. Oh, das ist ein guter Typ. Ich bin noch da. Ja, jetzt zieh mit. Jetzt schränk dich doch mal an, ey. Nur dank mir haben wir das Ding abgekriegt. Ja. Ich glaube, den Großen, der hier dreht, oder? Der so offen ist. Ja. Ich geh mal hin. Ich rück mal L-M-T. Achtung. Quickly. Go through. Oh, jetzt. Wirklich. Achtung. Beeil dich. Was bist du denn für ein Vogel? Das hast du extra gemacht. Nein. Nein. Ah, Mist. Jetzt hast du ein Problem, Kollege. Komm, man muss auch mal was zeigen. Man muss auch mal was zeigen. Komm hier nicht vorwärts. Lass mich durch. Mal sehen, wann ich loslasse. Ach du. Er macht's halt auch. Also, komm mal nicht weiter, Alter. Schon ein bisschen mehr. Bisschen besseres. Bisschen professionelleres Verhalten. Ja, ich glaube, du hast dir ein bisschen wehgetan. Echt? Oh nein. Was wird er tun? Hey, jetzt hältst du es gleich in der Hand. Was für unfair. Komm, jetzt hier. Leg mal ab, ich nimm's ja ab. Ja, ja, so weit kommen wir noch. Beweg dich hier jetzt. Schon lustig irgendwie. Ach, warum? Quickly. Go through. Move, move. Hold it. Du sollst tippen. Ich tippe doch. Beeiligt. Mach jetzt aus da. Can you help me with this door? Okay, go through. Soll, was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung. Du musst dir irgendwie helfen, aber ich weiß nicht wie. Warte mal. Kannst du mir hier helfen? Moment. Willst du hier? Oder so? Ja. Äh, ich mach's so. Oh, oh. Angst? Ja, ich bleibe mich doch schon. Hallo. Du auch hier. Ja, gute Idee. Need some help with the door. Wer baut denn ne Tür dahin? Abziehen. Wer baut denn so ne Tür? Nichts. Oh my God. Die Tür ins nichts. Bringen. Gute Idee. Springen du als erstes. Was ist denn hier? Ein Loch. Das ist ja von mir. Ah. Wir haben keine Sheets. We need to find a way into this rule. So ein Sheet. We can get the Sheets in here. Sounds easy enough. Der Sackern schon auf cheese. They don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah. But we gonna need to get a hold of the laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Cooler Transition. Cooler Übergang. Ja. We can get a hold of the bag. What do you mean they are going to inspect it? Don't worry about it. They don't look too hard. As long as we cover it in some sheets, we should be fine. Okay. Okay. Geschafft. Ich würde sagen, wir sind die Besten. Ja. Aber du hast einfach den Riecher dafür. Deswegen haben wir uns auch zweimal gegenseitig umgefahren. Nur weil du nicht reif sein konntest, ja? Ja, ja, ja. Ich mach mal hier die Wäsche, ne? No, 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 no. Oh, was ist denn mit dem Typen los? Hey, Garten. Can I ask you something? I don't have time for you. First time I've said something. Woah, 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 what are you doing in me? That's great. Get away from there, go on. Alter, ich lasse das jetzt. Ah, ich hab's doch gelassen. Hey, du auch hier. Got any family on the outside? Oh, schön, danke, dass wir das einmachen. Das ist das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Danke, jetzt sind die Strip-Clubs, okay? Why not? There are plenty of Strip-Clubs out there. Alright, then. Have fun. I will. I will. Are you trying to be smart with me? Äh, E-Touch? Warte, ich bin noch nicht so weit. Hey, relax. Why are you so pumped up? Yeah, man, I'm sorry. It's just, uh... This fucking asshole's got me in a bad mood. Who, this guy? Yeah, it's nothing personal, you know? Yeah, yeah, sure. Was kann man denn hier machen? Mein Kollege wurde geärgert. Hey, wassup? What the hell does he look like? Damn, this is quite a machine. You don't have to get a piece of shit, if you ask me. Does this look like a body of you? Would you like to do this all the time? So what's the problem? The problem is, all these machines ever do is fucking break down. And that's a bad thing? You mean this? Yeah, it's a bad thing. Because when they break down, the guards come running to me. What's wrong with that? Haha. Stupid. Don't make me get into it, alright? Fair enough. Arschloch. I said and then I meant that. Good argument. There's nothing in there. Yeah, I already had it. That's fucking stupid, right? Well, he looks busy. Hey, get your own card. Yeah, yeah, alright. Wow. Wow. The guards think I'm actually cleaning. Oh. Working hard to pretend you're working hard. Irgendwie quatschen wir alle aneinander vorbei. Yeah. Oh, stupid. So, was ist das? Wir müssen hier raus? I can tell you where this is gonna take you. To your early grave. Yes, but dirt leads to germs and germs leads to disease and disease leads to death. Yeah, yeah, I got that. Good luck with the cleaning. Thank you. Dude, it's just a mouthful here. You know what I'm doing? With your mouthful? How are you doing? Shh. Hello, your voice man. Hey, with your mouthful is talking. Just tell me where I can find the laundry cart. Hello. They're in the back room. Just leave me alone. Yeah, that's fine. So, tell me. Hey, man. I could use one of them carts back there. Uh, sure. Name and number, please. Vincent Moretti. 3465. Oh, oh. Vincent, Vincent. Nope, there's no Vincent here. Sorry. Ih, kein Vincent hier. Stichen. Stichen. So, ich nehme mir schlecht. Ich habe doch nichts. Oh, du hast nichts. Well, I guess I probably am. You know, I got a good pack right here. I think it's got your name on it. Ah, thank you. Why don't you go and catch yourself? I might just do that. Alter, is that the noise or what? Nee, der macht Pause. Hey, komm mal. Ich habe einen Wagen für uns. Ich will rein. Okay. Damn, it smells like shit in here. Shh. Keep your voice down. Oh, du Gott. Ich kann da rausgucken. But it smells really bad, man. Really bad. Just suck it up. Aber du musst vorher Wäsche holen, ne? Yeah, yeah, yeah. But still all the smell, man. Shut up. Los, rein damit. We need more sheets. Noch mehr? Okay, wir müssen sich da... Ich schmeiße die mir der Dreckwäsche vorhin, ne? Das hier... Und? Ugo war schon unter Hose von... Ja, put in more sheets. Von dem Typen von Metzen mal. So, noch mal. Ich will doch... Ich will doch mal ausbrechen. Du wirst gleich erbrechen. Oh, schön, da haben wir mit Bremsspuren. Okay, we need more sheets. Okay, warte, warte. Da war... Alter, hier. Reicht noch nicht. Hier nochmal. Gestern Abend gab es übrigens Bohneneintopf. Das sind lauter Reste. Oh. Da hat es so richtig schön geknattert. Überall Bremsstreifen. Ja, da hat es so richtig schön geknattert. Da schmeiß ich... Ja, voll, komm, nimm... Alter, das reicht jetzt an. Doch in der Lage. Ich bin kurz am Sterben. Mir doch egal, das ist nicht mein Problem. Hier, da. Hast du's bald? Ne, ne, da muss schon voll sein. Guck mal, den Schlitzer vorne. Siehst du denn? Und das hier ist von der Inkontinenten Wache. Das Zeug... Ich geh noch oben drauf. Bitteschön. Ach so, wache ich den Schlitzer vorne? Ja, den sehe ich. Weißt du, was ich jetzt... Das mache ich, ich geh gleich raus. Toll. Super Idee. Komm, fahr los. Ich bring dich jetzt weg. Du bist zu Wiedereingang, Ausgang, Hinterzimmer. Ich weiß nicht. So, E-Touch, nicht zucken, ne? Wachen, guck mal. Ich hab hier ein E-Touch. Guck, guck. Komm. Trau dich, E-Touch. Zeig dich. Okay. Okay, wir sehen, was wir hier haben. Alright, sieht gut. Oh, Feigling. Feigling. Okay. Zeit, um zu retten von diesem Garten. So, E-Touch. Ich sag dir, wenn du raus kannst, ne? Jo. Darf ich mich hier anhören? Ich glaub, ich glaub, du musst zu dem einen Wärter. Naja, ich muss dir erst mal sagen, wenn du rauskommst. Okay, 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 okay. Gut, ich bist du. Warum? Er guckt. Aber ist selber rausgesprungen, was? Nein, ja, ist von alleine rausgesprungen, das scheiß Kerl. So, wie war das? Oh cool, hier kann ich einen provozieren. Kannst du das irgendwo ablegen, manche? Ich muss jetzt irgendwie zu dir, ne? Ja. Wie war das, die Tür, die du hier ausprobiert hast, über zu, ne? Ich provoziere mal den Lappen hier. Hey, hey, asshole. Hey, hey. Hey, Wächter. Wuhu. Katze. Hattest du? Fuck. Du musst euch hier mal aufmachen, oder? Ich glaube, ich habe ein Problem. Das Problem ist jetzt, dass da ein Wärter steht und mich fast direkt anguckt. Komm mal hier aus, Mann. Ja, ich kann nicht. Leg das Ding ab. Hab ich vor. Oh, Mann. Könnte sich beeilen. Die Schlägerei hat sich erledigt. Ist offen. Lakenstern. Komm. Toll, jetzt muss ich es gehen. Ich muss deine Hilfe. Geh mal hin, oder? Ja, das ist der. Hoppa. Komm, hand me some sheets. Ja, 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 ich komme. Könntest du dich mal rein? Ich habe keine Zeit. Ich bin noch kein Tatsamier. Barton mal. Nicht das? Äh, nee. Ich glaube, ich brauche noch welche. Hoffentlich hast du genug eingepackt. Boah. Mit dem Bremsstreifen. Das ist egal. Gib mir ein paar Schäden, bitte. Ja, 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 ich komme. Ich bin doch hier keine Kletteraffe, Alter. Bewege dich mal. Ein bisschen mehr Tempo. Das reicht. Easy. Guck mal, wie ich hier kruppel, wie Quasimodo laufe ich hier rum. Ihr schafft. Hm? Ja, doch. Hey, krass, wir haben schon wieder einen geschafft. Wahrscheinlich diesmal ohne Tod. Und es ist keine... Es ist keine umgekommen. Hey, krass, wir binden Laken an eine Tür, die uns nichts geführt hat. Kann ich jetzt hier raus? Nicht wirklich. Oh Gott, warum lief ich jetzt als erstes? Ja. Du bist halt eine kleine Pappnase. Ich glaube, ich brauche mal deine Hilfe hier. Warum? Na, Feuer. Ja, ab in die Kanalisation und raus. Hm, ein Träumische. Ah, was für ein Duft. Ich glaube, ich war dran gewöhnt. Mit dem Zinken hast du es wahrscheinlich noch zu Hause gebrochen damals. You okay? Das hat gezockt. Braucht ein Licht, habe ich gesagt. Wie soll ich jetzt die Taschen schenken? Ich habe meine Taschenabung mitgenommen, ne? Okay, das Wasser ist ekelhaft, sagt er. Kann ich ein Licht bekommen? Komm runter, Junge. Ich habe ein bisschen Angst. Wuhu, cool. Haha, ich habe... So, komm. Habt ihr was? Ja, dreht doch mal. Ich habe ein bisschen Sorge, ne? Könntest du mal drehen? Bin ich ja dabei. Jetzt dreh doch mehr. Ist jetzt nicht so schwer, als wäre er es den nur andersrum. Na, wer ist in die Pumke rein? Mhh. Ja, letztisch. Nee. Ja, letztisch. F*** you, man. Was gesagt, bleib hier. Komm mal zu mir, du Mase. Weißt du, du Lach? Da kannst du nicht hin. Ne. Hey, Wissen. Was? Wollen wir Licht, Junge? Wissen du? Hier, links, rechts, links. Ah, da ist doch ein Drehrad. Geh doch mal. Du musst doch jetzt Übung haben. Wer ist denn oder andersrum? Mach ich doch. Was hast du Wunder, Lachen? Woher geht's? Was ist denn da hoch? Ja. Wo geh ich lang? Ich muss hier lang, glaub ich, oder? Es ist zu dark in here. I'm gonna need the flashlight. Hier, komm mir entgegen. Ach, Mann, nee. Lass ich jetzt hier. Warte ich mir. Nichts anderes hat mich erwartet. Sehr wohl. So bin ich. Ich glaub, du musst mir jetzt hier die Tür aufmachen. Du bist ein Ratten. Oh, fuck. Opa. Hey, ich seh dein Licht. Nach links. Links. Anderes links. Du bist so ein Vogel. Los. Ja, mach auf. This should work. Weißt du die Schritte? Hör er etwas. Das muss ja der Ausgang nach draußen sein, oder? Du sollst mir helfen, Mann. Ja, A schlägen kannst du mich. Eins, zwei, drei. Oh, Katakomben. Ich könnte jetzt was Fieses sagen, aber... Let's just hope there are no Rats down here. Probably is. Yeah, like I said. Let's hope there aren't. Da ist ein A. You're not scared of Rats, are you? Me? I'm not scared. It's just that... You know, whatever. Du nimmst ein A nach links. Area A. Wir wollen da nicht hin. Ah, toll. Hier ist nix. Hier sind wir jetzt in der Sackgasse, ey. Hier sind wir doch hergekommen, oder? Nee. Ist er weg? Ich bin einfach durchgelaufen. So, wie ich nun mal bin. Einfach draufgekommen, oder? Ganz unorthodox. Unauffällig jetzt. Das ist weltlich einfach auf den Boden schmeißen. Als ob das überhaupt nicht scheppern würde. Oh, fuck. It's too high, Mann. Ja, wir brauchen ein paar Schieds. Ja, schön. Sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Ach, komm, ich warte die 14 Jahre. Ah, oh Gott. Das kann ja... Oh. Are you kidding me? Ich würde nur remember, das Widerhaken benutzen. It's never gonna work. Als Steigeisen. It's too high, Mann. Ich warst das als ein Kind all the time. You're nuts. Okay. Ach, ach so. Ach du Scheiße, was wir machen? It'll be much quicker, if we go together at the same time. Und, und... Warte, 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 wir machen das zusammen. Ja, warte, warte, du musst erstmal aufholen. Okay, Achtung, warte, ein, zwei... Und jetzt. Oh, fuck, warte. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Oh, hallo, warte. Wie soll wir das machen? Du bist stolz auf uns. Ich auch. Oh, wir schlagen uns gleich den Kopf an. Oh, fuck, hakt. Oh, fuck, ich glaube, wir brechen ab. Oh, nein, schon wieder. Schon wieder versaut. Oh, was ist das? Okay, du musst einmal aufholen. Ich lass dich. Ja. Wunderbar. Und jetzt. Und jetzt. Oh, reiß ich, ich hatte nebengetippt. Jetzt. Und jetzt. Du musst nochmal. Und. Und jetzt. Nein, warte. Jetzt. Okay, warte, warte, warte. Und jetzt. Oh, daneben. Warte. Noch früh. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und. Oh, wir haben es geschafft. Ah, du Angst hast, dass ich gleich als erstes festgehalten. Du Pussy. Du konntest ja gar nichts. Guck dich mal an. Der ist immer fast zweimal abgestürzt. Ach, war jetzt nicht so anscheinend. Tja. Zum Glück habe ich zufälligerweise einen dabei. Jetzt willst du wieder runter. Ja, genau. Runterspringen. Viel Spaß, Jungs. Oh, Gott. Ganz Mist nochmal. Zum Glück müssen wir das nicht machen. Danke für die Katze. So. Wir müssen einen Schlüssel, einen Schraumschlüssel besorgen. Haben wir noch einen. Nimm dir einfach mit. Na, gute Idee. Einfach den Typen niederschlagen und mitnehmen. Wunderbar. Der Hammer ist ja dem mit dem KZD niederschlagen. Guck nicht so lüstern auf meinen Arsch. Das bist nicht du, Idiot. Achso. Guck nicht so lüstern dem anderen auf den Arsch. So, liebe Leute. Dann war es das allerdings für heute. Na, war eine schöne Episode. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen noch oben da. Und wenn ihr nirft im Kanal seid, ein Abo würde mich sehr freuen. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Und bei dir die Fanbüro. Alter, ich komme da zurück. Alter, ich komme da zurück.